Musik ... trunkenen Kellner und viele, viele schöne Sachen. Schaffelbord zu mir lief heute und Thierry war natürlich wieder auf dem Pudeck. Thierry war auf dem Pudeck und hat Körper bemalt. Und ich habe es ja schon gestern versprochen gehabt, wenn ihr mit eurem Bild zu mir in die Sendung kommt, dann bekommt ihr auch einen Preis dafür. Und ich habe tatsächlich zwei Männer gefunden, dann drei, hundert Millionen stehen da draußen und wollen mir jetzt zeigen... ... an uns nicht. Meine Damen und Herren, darf ich einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten. In der kommenden Nacht werden die Bordohren eine Stunde vorausgestellt. In der kommenden Nacht werden die Bordohren eine Stunde vorausgestellt. Ladies and Gentlemen, may I have your attention please. This night the ship's clocks will be set one hour in advance. This night the ship's clocks will be set one hour in advance. Thank you. Hör und staune, the ship's clocks werden mal wieder eine hour in advance gestellt. Und ich habe aber bezaubernde Körperteile hier hinter mir. Drehe mich mal direkt um. Vielleicht du auch, weil vorne ist jetzt nicht so toll wie hinten. Ja, also wirklich tolle Bilder. Das ist die Aida, wie Thierry sie sieht. Ja, genau, wunderbar. Und ich würde jetzt gar nicht damit gerechnet, dass so viel Tolle kommen. Also ich würde mal sagen, der erste Anrufer, der jetzt anruft und mir sagt, welches ihm am besten gefällt, dem verleichen Preis. Da steht noch einer, den sehe ich gar nicht da hinten. Ich gehe mal da eben dran. Radio Aida TV. Die Ninette ist dran. Hallo, wie ist Christina? Hallo Christina. Jetzt sag mal an. Ja, also mir gefällt der Orangene am besten. Das habe ich mal fast gedacht. Ja? Ja, auch du. Also der Orangene gefällt dir am besten. Ja, der sieht super aus. Quasi der Kerl mitsamt dem Bild. Genau, genau. Ja, wir haben den gleichen Geschmack. Ich sehe das schon. Wunderbar. Okay, das heißt, wir geben ihm den Hauptpreis und den anderen 1, 2, 3, 4, 5 einen Trostpreis. Ja, das finde ich in Ordnung. Ich finde es in Ordnung. Die Jury hat gesprochen, liebe Gänste, Christina, bei dir bedanke ich mich natürlich. Ja, okay. Vielen Dank. Tschüssi. Ja, das heißt, wir geben mal einen orangenen, kommt dir Gutschein an den orangenen, traumhaften Kerl. Ladies Night dieser Woche, ja. Ich meine, wenn du Zeit hast, also kein Problem. Und natürlich haben wir für alle anderen auch einen kleinen Trostpreis, weil ihr euch habt bemalen lassen. Genau, wunderbar. Gut. So. Ungefühm. Bitte schön. Danke. Ihr seid ganz bezaubernd. So, also ich hätte ja noch einen Vorschlag zu machen. Treffen wir uns gleich nach der Sendung, so wie ihr jetzt ausseht, kurz oben an der AIDA-Bar. Da trinke ich mal noch ein Flasches Set auf meine Rechnung, ja. Also ihr seht, aber ihr müsst doch so bleiben. Ja. Ja, ist angenommen. Okay. Direkt nach der Sendung, das ist um 19 Uhr, oben an der AIDA-Bar. Ich werde euch ja kennen, gar kein Problem. Okay, toll. Ja, das war nach der Sendung um 19 Uhr, oben an der AIDA-Bar. Spitze. So, ja, das waren unsere bemalten Körper. Ich finde es ganz toll, dass sie alle vorbeigeschaut haben. Thierry, jetzt bevor wir zu deiner Verlosung kommen... Oh, oh ne, das verlost du heute nicht. Das kaufe ich dir... Oh, oh ne, das war nicht. Gut, es war nicht. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018